Leute, wir sind zurück bei Persona von Broil. Im letzten Part haben wir Cutscene-Massaker wieder gehabt und jetzt sind wir hier. Mal gucken, ob wir hier wieder so ein Cutscene-Massaker erleben und Sojuro hat herausgefunden, dass wir zu den Phantom-Bieben gehören. Wir können nirgendwo hin. Reden wir mit Futaba. Es ist alles meine Schuld. Das passiert alles nur, weil ich diese Pranger-Karte behalten habe. Es ist schon echt spät. Ist Sojuro noch wach? Das ist ziemlich unangenehm. Geheim, sonst sorgt er sich. Ich gehe nach Hause. Nacht. Okay. Sieht so aus, als hätten wir das Schlimmste vermieden. Ja, dann ab ins Bett, würde ich mal sagen. Wir haben eh wieder keine Wahl. Machen wir für heute Schluss. Ab in die Federn. Sieht nicht gut für uns aus. Sieht nicht gut für uns. Eben. Kai,當団に関する有力な情報提供者に対して, vorzum金を支払うことを決めた模様です. Eben. Das war's für mich. Das ist verrückt. Wir hatten keine Wahl. Du musst an mich glauben. Ich habe das Gefühl, dass ich mich sehr, sehr, sehr aufgeregt. Ich habe es gesehen, dass die Erkennung des Erkennungsgeräts ist. Ich habe es gesehen, dass die Erkennung des Erkennungsgeräts ist. Ich habe es sehr, sehr hart. Ich kann nicht glauben, wie hoch das Kopfgeld ist. Wir sollten die Phantomliebe selbst suchen. Akechi meinte doch, dass sie hier zur Schule gehen, oder? Schon, aber lieber nicht. Es gab so schon zu viele mentale Infarkte. Wenn wir jetzt rumschnüffeln, könnte das unser Ende bedeuten. Aber Mann, 30 Millionen Yen. Lass mich doch etwas träumen. Jo, hast du die Nachrichten gesehen? Ich hatte mich auf diese Eventualität schon vorbereitet. Komisches Gefühl, dass wir jetzt offiziell gesucht werden. Ich weiß nicht, ob wir diesmal ungeschoren davon kommen. Wir stehen jetzt echt mit dem Rücken zur Wand. Aber es hilft uns nichts, jetzt hier darüber zu reden. Treffen wir uns und reden darüber. Sollten wir tun, ja. Also, ich weiß nicht, ob wir es sind. Das war's für heute. Das war's für mich. Ich habe mich mit dem Herrn Schoen gebetetet. Ja. Ich glaube, dass die Bewerber von der Bewerber von Hanna ausgesprochen wurde, dass die Bewerber von Hanna ausgesprochen wurde. Also, was wir hier gemacht haben? Was ist das? Dass ich mich nicht so geholfen hatte, dass ich mich nicht nur verletzen habe, was ich wirklich nicht so verletzen. Nein, ich habe mich nicht so verletzt, dass ich und Yusuke es sehr verletzen. Ich habe auch schon gesagt, dass ich der Kamoschita, was ich nicht so verletzen. Das ist nur noch ein, der vorhin... Es ist ein Pfeil für mich... Was ist ein Pfeil? Nein, das ist nicht so... Ich habe mich daran gemacht... Der Fall ist ein Pfeil und den Rettung. Ich hätte noch nicht gewonnen, das Gegenteil zu haben! Ich habe mich einfach nicht so geholfen. Ich habe mich einfach nicht so geholfen. Ich glaube, es ist nur der Akumura-Kammer. Ich habe mich nicht so geholfen, oder? Ich habe mich nicht so geholfen, dass ich mich nicht so geholfen habe. Das ist schon so. Ich bin ein wenig von mir vor. Ich bin nicht mehr als ich rausheu. Was ist das? Das tut mir nicht. Ich dachte, ich würde mich mit dir helfen. Ich bin schon am liebsten. Ich habe mich mit meinen Tag getrunken. Ich bin schon in der Zeit. Nein. Ich habe mich mit meinem Vater entschieden, dass ich mich für den Verletzungen verabschiede. Wenn ich mich für die Verletzungen verabschiede bin, dann muss ich mich besser aufpassen. ...Haru... ...Haru... ...Haru nicht! Wenn ich auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich... Das war's für heute. Wir waren abgelenkt. Wir waren in der Zeit, die wir in der Welt kreieren. Ich habe es richtig gemacht. Ich habe es nur einen Runderen, die wir sehen. Ich bin dumm, wie eine Arschung. Ich habe mich nicht so aufgetragen. Ich habe mich nicht so aufgetragen, dass ich mich nicht so aufgetragen habe. Ich habe mich um deinem Gebote aufgestanden und so an die Augen zu machen, und ich habe mich nicht so aufgetragen. Der Richtige ist ein richtiges Arschung, aber es heißt, dass es der Stimme Ball ist. Es ist ein guter Ort. Es ist ein guter Ort. Mäkot... Ich verstehe! Ich habe auch keine Ahnung, dass ich nicht so dumm bin! Aber es ist schuldig! Es hat sich nicht gewohnt, was es zu stellen. Oh, das ist gut. Aber wer ist es? 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 Ich habe keine Ahnung, es ist das. Aber wer ist es? Wer ist es, wenn ich es so lange nach oben bin? Wer ist es, wenn ich es so lange nach oben bin? Ich kann es so, wie ich es so mit mir verletzen. Oh, was ich? Wenden wir das Blatt. Wenden wir das Blatt. Ich kann es nicht enden! Ich habe es entschieden, was ich möchte. Und dann ist es, was ich machen. Ich glaube... Ich kann dich verstehen. Ich kann dich überraschen. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr so lange auf dem Geld komme. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr so glaubte, was ich nicht mehr so machen kann. Das ist das, was ich jetzt mit den Gehirn geschehen. Ich habe mich nicht mehr so verletzt, aber ich kann mich nicht mehr so sagen. Das wird sich ändern. Ich habe eine Nachricht von Akechikun. Er will sich mit uns morgen nach der Schule vor dem Leblanc treffen. Es glaubt er, wer er ist, uns so rumzukommandieren. Morgen, das kommt plötzlich. Das wäre direkt nach der Belohnungsverkündung. Dafür muss es einen guten Grund geben. Es wird schon gut gehen, oder? Schaffen wir es schon. Ja, zusammen schaffen wir das. Jedenfalls will ich nicht, dass uns jetzt noch jemand in die Quere kommt. Gehen wir das ruhig an. Wir sehen uns morgen. Wir können das nicht auf sich beruhen lassen. Wir müssen den Verantwortlichen dafür finden. Ja, da hat Mona wohl recht. Sehr gut. Wir können natürlich nichts machen, also legen wir uns gleich einfach schlafen. Ist zwar nicht so geil, aber was soll's. Wir sind noch nicht fertig. Das ist erst der Anfang. Können wir auch nichts machen, Alter. Ja, das ist ja. Ich bin in meinem eigenen Hand. Ihr habt alle. Ich bin in meinem Hand. Ich bin in meiner Hand. Was ist das? Das war die deutsche Kommission. Ich bin hierher. Es gibt eine Frau von der deutschen Kommissionen. Ich bin hierher und ich bin hierher. Ich glaube, es wird auch ein Wettbewerb. Ich werde jetzt in den Wählern. Ich werde diesen Leuten wählen. Du hast noch nicht gesagt, dass die Wählern? Ich denke, dass ich mich nicht interessiert habe. Ich habe mich nicht interessiert, aber ich habe mich nicht interessiert. Ich habe mich nicht interessiert, aber ich habe mich nicht interessiert. Ich kann diesenjenigen werden als ülechtником. Ich will von diesem werden diejenige wählen. Ich kann noch in diesem Fall fallen mit anderen Anwanderlern nicht verstanden sein, ja. Ich erinnere mich wieder an. Das war's für heute, was ich? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich denke, ich habe ihn verletzend. Ich denke, dass ich den Preis nicht so genau für eine Anregelung habe. Und ich denke, dass ich den Preis nicht so gut bin. Ich denke, dass ich den Knau sein werde. Ich denke, dass ich auch für die Knau sein werde. Aber ich denke, dass ich den Knau bin, was ich nicht so gut bin. Ich denke, dass ich mich um das zu spüren kann. Ich denke, dass ich mich um den Aktuellen zu tun habe. Das ist nicht so. Die Polizei hat mich nicht erinnern. Das ist nicht so. Ich weiß es. Es ist nur meine Ahnung, das ist nur ich. Ich glaube, ich habe den Angriff auf dem Schnellbewerb. Aber ich habe mich mit den Angriffen gebetet, und den Angriffen zu führen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich für einen Schnellbewerb bitte versuche. Ich habe mich mit den Angriffen gebetet. Ich habe mich mit dem Angriffen gebetet. Ich habe mich mit dem Angriffen gebetet. Das ist eine Frage. Ich habe eine Frage, was ich an der Paris zu finden. Das ist wirklich ein Problem. Was ist das? Wenn ich dich um die Arten verletze, dann verletze ich mich. Das ist das. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich nicht. Das ist das, was ich nicht. Ich glaube, es ist ein Mensch. Das ist das, was ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Wenn man sich die Menschen überrascht, die die Schmerzen des Schmerzen ... Was ist das? Ich habe das Gefühl, dass die Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen ist. Ich habe die Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen. Es ist etwas wichtig, was ich empfiehlt. Es ist so gewesen. Es ist so gewesen. Es ist ein Umgang mit einer K 어쩌 sagen. Ich denke, das ist der Mahl. Aber jetzt. Aber es ist ein Problem der Situation immer sehr schwer. Das ist ein Bedeutung. Aber es ist ein Bedeutung. Es ist ein Bedeutung. Wenn es nicht so schlecht ist, dann wird das Bedeutung. Ich glaube, das Problem ist. Ich glaube, der einzige Problem ist, dass ich die Augen zu verletzen. Ich glaube, es ist ein Bedeutung. Ich glaube, dass ich diese Situation nicht verletze. Es hat sich in die Macht noch nicht verweicht. Was ist das? Und das ist so. Es ist wirklich so. Die Wahrheit ist verletzend, und der Menschheit ist verletzend. Ich will nicht verletzend, dass ich das nicht verletzend. Ich will das nicht verletzend, es ist nicht verletzend. Ich habe das Gefühl, aber das Gefühl, ich kann ja Arbeid halten, was er mein Gefühl. Aber es ist das Problem, wenn ihr ihr bei dir zudem gewusst. Was ist das Problem? Was das Dschreibe? Wenn der Arschlusser der Arschlusser der Arschlusser der Arschlusser der Arschlusser der Arschlusser ist, dann wird das ein Problem. Das ist doch, was es so wichtig für die Arschlusser der Arschlusser. Man kann es nicht vertreiben, oder? Man kann es vielleicht auch den Arschlusser der Arschlusser der Arschlusser schlusser. Das ist doch schön. Wie kann man das? Wie geht das? Ich kann es mir sagen? Ich kann es mir sagen. Es ist nur ein Schritt, wenn man eben mit der Botschaft erscheint. Oder wenn man mit dem Weg ernst will, ist es, wenn man mit dem Gott verletzt kann. Sollte ich nicht mehr. Ich habe keine Analyse für Sae. Und das ist ein Vorteil für Sae. Ich habe eine andere Sache. Ich habe keine Analyse für Sae. Ich habe keine Analyse für Sae. Ich habe keine Analyse für Sae. Ich kann nicht den Weg nach einem Verweigungsverboten, aber in der Zeit, die sich nicht zu schützen, die wir nicht mehr schützen können. Ich hoffe, dass ich einen neuen Verwösen. Mir ist es, dass ich den Verwösen der Verwösen an. Dass ich mich auf jeden Fall verletzen kann. Das ist meine Meinung. Er ist, dass ich mich zu sehen. Wenn ein Verlangen ist, dann wird er eine Anrufe geben. Wenn ein Verlangen ist, dann wird er ein Verlangen. Ich weiß, dass er ein Verlangen ist. Oh, das ist es. Wie geht es? Das ist ein Problem, was wir nicht? Ich habe es nicht so gemacht. Mäkot, was das? Das ist so, was ich. Es ist ein guter Plan. Ich bin sehr vorsichtig, dass ich das Ende des Endes bin. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Warum ist das so? Was ist für Akechi-Kun? Was ist das Recht? Was ist das Recht? Ich bin ein Bedeutiger, Mensch. Ich bin ein Bedeutiger. Ich glaube, dass das Recht, dass ich das Recht. Ich bin ein Grund für die Gesellschaft und für die Erachtung. Ich bin nicht so wichtig. Ich bin ein Grund für die Verständnis. Stimmt. Ich denke, ichceğin ja wirklich mal ein paar Mal bekannte, aber von mir ist es zu sagen. Ich glaube, es ist dein und zu sagen, dass ich das eigene Männer compliant bin. Eigentlich könnte ich auch nicht tun, ob ich mich daran beschäftige, wenn man die Leute dann muss. Das ist es so eine sinnvolle Ausbildung auf der Sae. Es ist alles, was ich mich sehr interessiert, der Sae ist ein Konzent für Veränderungen zu retten. Ich denke, dass du wir in die Einbringung kommen kannst, was du sert? Wir helfen dir. Wir helfen dir, aber wir helfen dir. Mäkko? Ich bin normal. Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht geholfen, aber ich habe mich geholfen. Ich wollte mich nicht mehr, aber ich wollte es nicht wahrnehmen. Ich wollte es nicht mehr so sein, aber ich wollte es nicht mehr so sein. Ich wusste, dass du schon seitdem der Vales anstattest. Ich wusste, dass du nicht mehr so sein. Warum hast du dich nicht gesagt? Ich weiß, dass du nicht so sein. Ich weiß, dass du nicht mehr so sein. Ich habe mich nicht immer interessiert, aber ich habe dich nicht versucht, aber nicht. Also will ich in der Zeit auch auf den Unterkarten gehen? Ich habe eine Frage, was du jetzt? Ich habe eine Frage, was ich mit dir? Ich bin schon schon bei mir. Entschuldigung, aber ich habe ein bisschen mehr probiert. Ich habe mich nicht in der Zeit. Es tut mir leid. Ich habe das Problem mit meiner Frau. Natürlich, ich kann es nicht sprechen, aber... Es ist sehr schön, dass ich es nicht so gut gemacht habe. Was haben Sie denn? Ich habe es ein bisschen, heute... Ich frage mich, Ich frage mich, warum? Aber er hat auch einen Satz gesagt. Er hat sich plötzlich verändert. Akechi-Kun hat die wichtigste Frage. Die Frau, die sich mit der Freundin befindet. Wenn es wirklich ist, dann wird sich die Arschung entspricht. Ich habe mich nicht so angregen, dass ich nur ein Kaya ist. Ich habe nicht so viele Menschen, dass ich nicht so großartige Menschen bin, und ich bin so ein Verlust, dass ich mich nicht so verletzen habe. Wenn ich mich nicht so verletzen, dass ich mich nicht so verletzen kann, dass ich mich nicht so verletzen werde. Das ist noch nicht alles. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin nicht allein. Ich kann mich nicht erinnern. 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 Ich habe mich nicht erinnern. Ich kann 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 mich nicht erinnern. Und jetzt die Bahnnachrichten. Das Team, das zu den Phantomdieben ermittelt, hat weitere Fortschritte bekannt gegeben. Des Weiteren hat die Oppositionspartei ein Misstrauensvotum gegen das aktuelle Kabinett initiiert. Zusammen mit den Plänen zu einer Partei Neugründung könnte dies zur Auflösung der Regierung führen. Wo treffen wir uns heute? Stimmt, uns wurde nie mitgeteilt, wo wir uns treffen. Beim Gerichtsgebäude. Und wo? Kleiner Tipp, das Behördenviertel. Kasumi Gaseki? Stimmt. Oh, davon habe ich schon gehört, aber ich war noch nie dort. Ich auch nicht. Da gehen normale Leute auch eigentlich nie hin. Wow, das sieht ja schon auf der Karte beeindruckend aus. Polizeibehörde, Justizministerium und Büro der Staatsanwalts. Und Büro für öffentliche Sicherheit. Das Parlamentsgebäude ist auch in der Nähe. Echt jetzt? Wo gehen wir da bloß hin? Die schnappen uns nicht, oder? Laut Akechi-kun sind unsere Identitäten noch nicht aufgeflogen. Also stürzen wir uns einfach so kopfüber ins feindliches Gebiet. Hat jemand mit Akechi gesprochen? Wir treffen ihn hier. Seid alle wachsam. Wir begeben uns in die Höhle des Löwen. Die schnappen von Akechi, was ich wusste, was ich? Es gibt keine Ahnung, aber ich kann es sehen, dass die Sae-San von Sae-San sehen. Ich glaube, dass die Schu-Jen-Gakuen und die Saakura-Kuhr-Kuhr-Kuhr-Kuhr-Kuhr-Kuhr-Kuhr-Kuhr. Einschchieren Sie mich. Ich denke, dass dieser K visitingen sind. Wie geht es auf der 20en Mai? Es gibt viele Stubbeutzen, aber ich denke, dass die einen grögen Schuhr-Kuhr-Kuhr-Kuhr-Kuhr-Kuhr. Ich glaube, ich glaube, jetzt müssen wir die Paläste anstrengen. Ich bin der 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 Anstrengen, dass ich hier in diesem Falle nicht so schön bin. Es gibt die Ich bin Was ist mein Smartphone? Oh Ich bin Ich bin Ich hab dich wünschst, Shuu Ah, das ist gut. Entschuldigung, ich bin eigentlich schon vor dem Flachstabon. Ich weiß nicht, dass ich von Sae-San habe. Ach so, Akechi. Ich kann mich auch, wenn ich mit mir telefonieren. Ja, das stimmt. Oh! Dann können wir uns mit dem Ange-Chuk. Oh, danke. Dann, danke. Ich bin der Arschung des Hecht. Ich bin der Heilige Arschung. Das ist ein Schicksal. Ich bin der Arschung. Ich bin der Arschung. Ich bin der Arschung. Ich bin der Arschung. Was ist das für ein Verwalt? Ich weiß, dass ich nicht gewiss, dass ich gewiss. Ich bin ein Verwalt. Ich bin ein Verwalt. Ich bin ein Verwalt, dass ich mich nicht so fühle, wenn ich mich nicht so fühle. Ich bin ein Verwalt. Aber es geht nicht um ein Spiel. Also, ein Rink gegen die Rink. Kein Fall. Na, dann ist es ein Spiel? Ein Spiel? Kein Fall. Kein Fall. Ich weiß, dass es auch ein Spiel ist. Kein Fall. Kein Fall. Kein Fall, oder? Also, was das Pachinko? ... und was das Gämbel? Ich habe mich bei der Uni-Trakse trufft. Ich habe keine Ahnung, was ich da? ... und ich habe einen Kajano gesehen. Ich glaube... Das ist das, was ich? Geh. Geh. Was ist Kajino? Es ist ein ganz normaler Stadt. Was ist das? Das ist die Polizei. Die Polizei und der Kajino sind alle anderen. Ich weiß nicht, ob es nicht verändert. Was ist es, das macht sich nicht anders? Was ist das Veränderung? Sie haben noch das Veränderung und nicht die Veränderung? Was ist das Veränderung? Ich weiß nicht, sondern es ist ein Veränderung des Veränderung. Wenn das Veränderung nicht verändert hat, ist es ein Veränderung. Ich weiß nicht, was das Veränderung ist. Diese Verteidigung ist so einfach hier. Das ist nicht wirklich so, was ich es. ... Die стороны der Körperschaften sind nicht anders. Wenn man die Körperschaftsbewerden hat, dann kommt man raus. Ich habe nichts mit dem Körperschaft. Sie haben die Körperschaften in der Körperschaft und Körperschaften gekauft. Ich habe das, was es über die Körperschaften war. Das ist nicht wichtig, oder? Ich will nicht in die Welt nicht mehr in die Polizei. Ich glaube, es ist auch ein Kordnames. Kordnames? Ich glaube, es ist kein Kost. Es ist kein Kost. Ich habe keine Ahnung. Wie ist die alle? Skull! Das ist Fox. Ich bin eigentlich so, wie es das Verwalt ist. Was ist das? Was ist das, Haru? Nein, nein. Es ist egal, was ich zu gerne, wo es dich zu tun wird, wo ich mich überschaue. Das Problem ist, wo ich mich an, von K.O.O.A.S.E. Ich bin der K.O.O.A.S. Was ich an der K.O.A.? Ich bin der K.O.A.S.T. Es ist eher der K.O.A.S.E. Ich bin der K.O.A.S.T. Ich bin der K.O.A.S.E. Soll ich das? Entschuldigung, dass ich die Klaue habe. Dann habe ich die Klaue, auf Deutsch zu sprechen. Okay, jetzt bist du Klaue. Entschuldigung. Entschuldigung. Dann kommen Sie auf die Karte der Behandlung. Was ich? Das läuft alles wie immer ab. Erst müssen wir eine Infiltrationsroute finden. Alles klar. Wir haben unser Team so weit, denke ich, zusammen. Aber jetzt wird Yusuke gegen Crow ausgetauscht. Es wäre ein Fehler, mich nicht für das Bevorstehende auszuwählen. Das verstehst du doch, oder? Ja, offenbar sind bereits einige Leute in deinem Team. Wessen Platz soll ich einnehmen? Von Yusuke. Ausgezeichneter Entscheidung, Joker. So, weil Haru kam letztens dazu. Und jetzt haben wir die ganzen neuen Mitglieder plus Mona am Team. Aber Leute, ich werde den Part hier beenden. Im nächsten Part gehen wir dann in den Dungeon rein. Äh, in den Palast. Ich sage immer Dungeon. In den Palast rein. Ich glaube aber, wir werden diesmal nur kurz in den Palast reinkommen, weil wir dann noch einmal raus müssen. Erst am nächsten Tag können wir dann komplett rein. Weiß ich jetzt aber nicht mehr genau auswendig. Lasst euch überraschen. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video. Abonniert den Kanal für mehr Persona-Content. Oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017